Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf BVB Insight zu den aktuellen News rund um Borussia Dortmund. Erling Haaland und BVB, das ist ja eine Geschichte, die nun zu Ende gehen wird, aber zum Abschied hat Haller nochmal ordentlich zugeschlagen. Denn wie die Bild berichtet, schenkte der Norweger zum Abschied jedem Mitspieler eine Uhr der Luxusmarke Rolex samt persönlicher Gravur. Kostenpunkt wohl ca. 13.000 bis 15.000 Euro und bei insgesamt 33 Kollegen geht das natürlich auch richtig ins Geld. Zudem sollen weitere Mitarbeiter wie Physiotherapeuten, Köche und Betreuer eine Omega-Uhr erhalten haben. Das entsprechende Modell kostet zwischen 5.000 und 7.000 Euro. Somit kann man von einem Geschenke-Gesamtwert von knapp einer halben Million Euro ausgehen, was Haaland da mal rausgehauen hat. Aber sicherlich eine Summe, die allein durch die Vertragsunterschrift bei Manchester City locker zu bezahlen ist. Die Uhren sollen von zwei Luxuslimousinen dann aus Niederland geliefert worden sein und auch noch mit persönlichen Service die Anzug probieren. Und die Boxen, in denen die Uhren an die Spieler und Mitarbeiter übergeben wurden, waren bedruckt mit Haalands Rücken Nummer 9. Seiner typischen Jubelposen, einem Foto, auf dem er den DFB-Pokal in den Händen hält. Sicherlich eine schöne wie auch teure Abschiedsgeste, was so schnell bei der BVB-Geschäftsstelle wahrscheinlich auch keiner vergessen wird. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.